Ist der Ruf erst ruiniert? Ach der Lien, der kann ja wenn ich mal einen Speed-Up-Riet holen Egal, wir sehen uns nächste Folge Und da sind wir auch schon, nächste Folge Willkommen in Folge 3 So, herzlich willkommen in Folge Nummer 3 In der Nub-Reihe In der totalen Von SC2 Gump Komm In der totalen Hart-Hart-Nub-Reihe Vor allem meinerseits Von RageTowerDefense Rage Folge Nummer 3 Ich bin in Rage Nachdem ich nun mehrfach Ein Noob war Nimm endlich mal ein Rad von mir auf Und kaufe was anständiges Ja, richtig Ich befinde mich ja auch noch in der Such- und Entwicklungsphase So ein bisschen Experimente, weißt du? Aber man muss sich ja manchen Regeln beugen, sonst klappt es ja nicht Ich sag immer dies, dies, dies So, das ist jetzt sozusagen die erste Runde, wo es richtig funktioniert Wir hätten natürlich auch die anderen beiden Runden rausschneiden können Hätte, hätte, Fahrradkette Aber, haben wir nicht getan Aber, haben wir nicht getan Ich hab nen Drop Ja, siehste, du kannst gehen Wenn du was gehst, kriegst du auch Drops Ich hab nen Drop, äh Äh, Kripp, äh Schieß Schieß Gut Okay, nächster bitte Komm Bum, 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 bum Fratzen Ich muss mal eben für euch den Sound lauter drehen, damit ihr das Feeling auch mal habt Musste sein Hopp, 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 hopp Keinen Drops, oder was? Der ist richtig entspannt, du weißt ja, ja Du hast doch mal einen Drops, der Falle der Freizeit Ich hab richtige Drops hier Jetzt geht's los 60% Stun Alles wieder in die Linie gesteckt 400% Damage 5x Range Ist nicht so geil, aber ist auch okay 45 Crit 400 Speed Jetzt geht's richtig ab Jetzt geht's richtig ab BAM 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 Ja, so kann ich auch gewinnen. Ja! Jeden Drop in den Arsch gesteckt kriegen. So is it! BAM 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 So ich? Nichts. Ja, nichts. Und was mach ich? Ich hole trotzdem. Noch ein Drop. Nichts. Dritte welchen Fall geht? Nichts. Ich baue mal hier eine Canon an den Eingang. Wegen der Luke. Jetzt müssen Affen drauf kaufen oben. Was du ja geschenkt kriegst. Mhm. Nochmal dröpse. Ja, noch nichts. Ja. Fast. Soll ich hier unten mal so ein Notfallding hinbauen? Für alle Fälle? Ja. Dann geht es hier mit was durch. Mhm. 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 Jetzt habe ich natürlich einen Tower... Unten. Mhm. Aber das sollte auf gut meiner... ...aufgrund meiner guten Drop... ...Chance... ...nicht drin. Das ist so ein verdammtes Scheißspiel. Immer noch kein Dröp. Ja, das ist schon sehr Lack basiert. Oh, ein Dröp. Ja. No Dröp for me. Nur Müll Drops, ey. Da hast du noch nichts verpasst. Ja. Hier brauche ich auch noch mal eine Kerne hin. 60% Slow. Geil. Richtig geil. So, jetzt habe ich hier den Range Tower. Ziemlich gut geupreaded. Speed Damage. Na, Range könnte besser sein. Das kann auch besser sein. Dann tue ich das mal nach vorne, wenn das bleibt. So. Alles kann. Nichts los. Richtig. Wie läuft es bei dir so? Na, geht so. Geht so, sagt er. Geht so, sagt er. 45% Grid. Nichts. Aber es läuft. Ja. Ja. Ich bin da überlegen, ob ich da für irgendwas sparen soll. Ich baue lieber hier noch mal eine Canon hin. Oh, das ist ja. 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 Man braucht es auch ein bisschen für die Detection. Ne? Ja. Vielleicht habe ich ein bisschen overdosed. Ein bisschen zu viele Canons. aber ist mir egal, weil ich sage immer Doppeltail länger hier unten in meinem Tower, der ist für ein Notfall da jetzt wird es sich zeigen, jetzt wird es horrig es ist nicht einfach, aber es hat noch gereicht bei mir bei dir sieht das auch gut aus ja, ja, sehr gut sehr gut ok, jetzt kommt Wave Nummer 10 alles tutti frutti oh, bohrst schon? ich brauche doch mal noch einen davon ich habe natürlich wenig Special Droppies gekriegt und du hast wenigstens ein paar Stunnen Droppies bekommen, was für mich? nichts ja, richtig, einen habe ich einen Slow und einen Stun ja, einen ziemlich guten sogar, aber halt nur einmal ja, und ich habe nichts deswegen läuft er schön durch ja, läuft er durch, oder was? na klar, und Stun bei mir auch ziemlich das wird knapp das wird knapp, Leute ja, mit Stun gar kein Thema da unten bin ich noch abgefahren natürlich nicht No Stun to Win No Stun to Win Scheiße L*** Spielen jetzt kotzt es mich an jetzt kotzt es mich an jetzt geht es jetzt richtig los jetzt geht es los jetzt geht es los ich träume hä? ich weiß nicht ich hätte gerade so ein äh Taktraum ähnliches Gefühl sie gehen durch was sind Raps? gut ich bin nicht blind sehr gut soo mit den Dröpsen ausgerüstet geht es nun weiter in die Wave Nummer 13 glaube ich oder 12 egal 12 alles andere ist ok boah, die ist hart hart das ist hart das ist hart das ist hart wohnen 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 das darf doch nicht wahr sein aber hier liegt ein Dröps das kostet das kostet viele Leben ähh bist du nicht in die Lage mal ein bisschen hier ähh zu killen oder was wieso bei dir sind sie doch auch du echt die Haare an Feuer berg das ist hart so viel wohnen wohnen ... Wenn der Rechner einen Lack hat, dann lecke ich so ein bisschen mit Man muss ja auch mit dem Gerät verschmelzen Speed, Damage, alles drin Was du duckt da so? Das ist hier die Frage Das ist hier noch ein Drück Das ist hier noch ein Drück Was rufen wir unschön? Das ist noch eine Haria Oh ja Heart of the Swarm Oh ja Das steckt vier times oder was? Boah! Nooo! Nooo! Böse Hör doch bitte auf! Jetzt zähl ich's nicht rum! Das darf doch nicht wahr sein! Was machen wir denn jetzt? Nein! Warte! Das wollte ich doch gar nicht drücken! Was hast du denn gedrückt? Verkaufen! Tschüss! Er verkauft einfach alles! Boah! Das wird hart! Jetzt bin ich auf jeden Fall raus! Jetzt kannst du es vergessen! Ja, verdammt! Scheiße, was das ist! Der Tor war schon auf Level 5 oder 6! Verkaufen! 800 Minz! Ja, ihr seht! Wir sind die besten Pro-Gamer! Die es überhaupt gibt! In the Universe! Das war ein *** Spiel! Aber es wird der Tag kommen! Es war ja eh schon unfair, aber jetzt ist es vorbei! Was ist das denn hier? Die grüne Linie, oder was? Richtig! Schauen wir mal! Stungence! Stungence! There is a time to lose everything! There is a time to lose everything! Schön, dass du noch ein bisschen Geld übrig hattest für das Teil, was ich verkauft habe! Aber klar, du hast ja auch nur 500 Punkte mehr als ich. Richtig. Ja komm, nachdem ich die letzten zwei Runden so die Hosen runtergelassen hab. Ja, aber zu Recht, du warst ja auch Scheiße. Ich war nicht Scheiße, jetzt bist du auf das Verkaufen. Aber das war vorher auch schon eine Falle zurückgelegen. Tja, so eine Kacke, ey. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das manchmal, ey. Wie ist das manchmal? Noch mehr Dröpse. Storm. Pekka. Komm. Halt sie auf. Okay, das war's schon wieder für heute. Ich möchte an dieser Stelle nochmal bedenkend sagen, dass wir's ja auch auf hart versucht haben. Und nie behauptet haben, dass wir spielen können. Ja, aber es wird definitiv eine Revanche geben. Wir werden das bestimmt noch häufig üben. Das heißt, wir gegen das Spiel. Wir gegen das Spiel. Und dann kommen wir das nächste Mal vorbei. Und dann zeigen wir, wie's geht. Okay. Bis dann. Hadi, tschüss. Genau. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. And les. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.